Nun Leute, muss leise sein. Neue Spiel, Torchlight 3. Mal antesten. Was nehmen wir hier? Wir nehmen mal den Dicken hier. Wir nehmen mal den Dicken. Wöhn. Hm? Ja, was bedeuten die? Äh, wir nehmen mal Bluttrink da. Okay. Keine Ahnung. Es ist so eine Art Diablo. Oder wer kennt Torchleid 1, Torchleid 2? Das ist jetzt Torchleid 3. Lolli? Tja, die meisten... Lolli, ne Eule. Also der Hund ist halt oldschool. Ein Alpaka ist auch geil. Aber irgendwie hab ich Bock auf die Eule. Die Eule... Nennen wir mal... Asad. Oha. Normal. Spiel starten. Torchleid 3. Mal gucken. So, ihr seht das jetzt hier. Das ist jetzt... Ah, man kann noch ein bisschen ran so... Okay. So, wo man halt hingeklickt... Ach, man kann auch drauf halten. Okay, dann kann man... Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Mein Nachbar schläft. Ich muss leise sein. Was machst du denn, Rookie? Du bist da einfach... Der Forte ist unter Attacken. Ja, ja. Achso, hier haben wir jetzt... Warte, ich brauche mal die Tastatur. Wir haben hier irgendeine... Loll. Ich will meine Fähigkeit testen. Ah, ich kann noch was hinbauen. Loll? Hä? Wohl, das fährt mir hinterher. Level ab. Die habe ich mich wieder überfordert. Tausend Sachen. Freigeschaltet. Das mache ich jetzt auf der rechten Maustaste. Okay. Ähm. Kurz nochmal... Ein bisschen runter. Boah. So. Ja, muss ich also erstmal niedermetzen. So, jetzt mache ich mal meinen neuen... Meine neue Attacke. Oh, hier ist dieser Dicke. Hä? Ach, die Eule macht dann was, ne? Die Eule wirbelt dann irgendwie so rum. Dicke, der Zug. Dicke, der Zug. Jetzt haben wir irgendwas... ...bekommen. Nö. Haben wir irgendwie gar nichts bekommen. Attribute verstecken. Hä? Warte mal, da ist ein Fragezeichen. Fehlte eine Belohnung. Entweder den Hammer. Ich nehme den Hammer. Kann man doch beides nehmen, ne? Und lege sie auf die Öle. Hör mal, wenn du fertig bist. Wir sind jetzt fertig. Wartet mal. Wir haben hier eine neue Hose. Die ist besser. Der Hammer ist auch besser. Machen jetzt neuen Schaden. Und die Schuhe sind auch besser. Hör mal. Hm, die... Diesen Zug verstehe ich nicht ganz. In der Nähe des Zuges verursacht... Ach, ich heile mich nicht automatisch? Okay. Okay. Hier geht's weiter. Das Spiel sollte übrigens ursprünglich fürs Handy kommen. Aber keiner wollte es als Handy spielen. Und dann haben sie sich doch umentschieden. Ich denke... Äh... Geh zur Heldentruhe. Wo ist das denn? Ich mache irgendwie extra Schaden. Na toll. Wartet mal. Er will hier wieder irgendwas. Was will er denn hier? Ah. Werden diesen ja schon eine Minute lang Gesundheitsbonus zu erhalten? Ja, brauchen wir erstmal nicht. Achso, nee. Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Ja, ich werde hier halt, wie gesagt, ein bisschen wenig reden. Weil ich leise sein muss. Ich will einfach nochmal ein bisschen spielen hier. Mein Zug muss wiederkommen. Oh, der haut schon ein bisschen rein. Au, 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 au. Weg, 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 weg. Ich muss trinken. Okay, gleich haben wir hier. Cool. Wichtiges Ding. So, ich hab wieder was bekommen. Ich kann jetzt entweder die Fähigkeiten hier verbessern. Oder eine aktive Fähigkeit schlacken, oder Waffe zu. Werft eine Sprengladung aus? Wir nehmen jetzt wieder eine neue Fähigkeit. Verbessern können wir immer noch. Okay, wir können jetzt so einen Monsterschlag machen. Ähm. Oh, your pet has run away? Warum ist meine Eule weg? Jetzt hab ich jetzt nicht ganz verstanden, warum meine Eule weg ist. Oha. Ah, diese Dinger treffen mich immer. Diese blauen. Hier, da, drauf. Ah, ich muss hier aufpassen. Oh nein. Wieder so ein Endboss. Monster Attack. Monster Attack. Haben wir. Oha. Puh, viel Loot, Alter. Aber ich versteh jetzt immer noch nicht, warum meine Eule weg ist. Erkundet Heldenruhe. Ach, Heldenruhe, nicht Heldentruhe. Wie haben wir eine Pistole bekommen. Eine Flinte. Und eine bessere Hose. Oh. Was haben wir denn mit dem Holz? Mal so ein bisschen gucken hier. Oh, wieder so ein dicker. Guck, mein Dings ist wieder da. Oh, ich muss aufpassen. Da muss ich aber was trinken. Boah. Also. Digger. Hä? Ein Adler? Ich könnte jetzt den Adler nehmen. Aber ich behalte erstmal meine Eule. Boah, hier ist die Bostruhe, Alter. Das ist einsam, mein Digger. Da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt zurück teleportieren. Mal kurz gucken. Bessere Schuhe. Schild können wir nicht nehmen, weil wir ein Zweihänder haben. Boah, Alter. Bessere Hose. Wartet mal. Ich werde das... Anni, ist das auch ein Zweihänder? Okay. Boah, was für ein Blitzer, Alter. Ich mach hier noch die Dinger auf. Und dann geht's zurück. Drücke Z um das Stadtportal. Nö. Doch, ich muss zurück zum Trivialposten. So. So. Ah, hier kann ich dann zurück teleportieren? Hier kann man kaufen? Geht zur Waldrandklippe. Ihr seht halt, dass das hier für Handy gemacht wurde. Also. Kann ich nicht hin? Wieso kann ich da nicht hin? Ich muss erst Ronda... Ich muss irgendwie erst hier Ronda finden. Da ist noch ein Fragezeichen auf der Karte. Ach ne. Ich muss hier einfach lang. Oh, dieser Zug. Ja, grafisch... Loll. Grafisch wirklich nicht jetzt mega geil. Aber es geht eigentlich für so ein Spiel. Und spielerisch ist es halt so ein... Hack and Slay, ne? Oder ne. Slack and Slay. Oder wie das heißt? Hack and Slay. Einfach knüppeln. Ja, das ist ein Piep, Matze. Ja, ja. Ich bin wieder ein Level aufgestiegen. Digger, stirb. Oh, oh. Und sprengt was. Loll. Ich will jetzt eigentlich nur aktivieren. Welches ist jetzt aktiviert. Geschwert. Ah, okay. Da können wir rein. Da müssen wir wahrscheinlich auch rein. Aber vorher gucken wir nochmal, was wir hier leveln können. Ne, wo war das? Warte mal, wir haben ein Schwert. Ne, wo war das? Nein. Neue. Ne, das hatten wir schon. Können jetzt hier was verbessern. Oder doch wieder neuen. Blutschnecke schneiden. Ich glaube, wer hat euch eine Chance? Na, komm. Nehmen wir mit. Ach, das ist jetzt passiv. Okay. Passive Fähigkeit. Okay. Okay. Oh, ich brenne Ja, Leute, hier gibt es halt nicht so viel zu erzählen Und ich muss, wie gesagt, auch leise sein Wie bei Death Stranding Das ist schon ein anderes geiles Game Dass ich es einfach nur gekloppe Ist okay, macht mal Spaß Aber es ist nichts mega Besonderes Oh, die Gastiere, du Jo Wann, wir drücken C Wollt so ein Art Battle Pass Okay Choo-choo Oh Erster Endboss Ich muss halt immer alle Fähigkeiten einsammeln Und auf meine Hilfe gucken Kann man mich ab und zu heilen Oh, Digga Jetzt gibt es nochmal einen Dicken Nochmal Und da haben wir ihn Also Loot kommt einiges Das macht Spaß Und wieder so ein Haustier Äh, nö Ach so, ich bin überladen Ähm, da müssen wir mal grad gucken Also wir haben jetzt das bekommen Das ist natürlich besser Das ist besser Gesundheit Plus sieben Für sieben Für sieke Genre Dann ist noch zurück Feuerverteidigung Nehmen wir den Neues Schwert Auch besser Was ist das denn für ein Ei? Setzt Wiebeklänge ein Wegt zusätzlich eine Fähigkeit Ihr könnt kein Gegenstand In der Nebenhand Führen Wenn ihr eines Okay Jetzt müssen wir mal irgendwas In der Scheiße wegwerfen Äh Zum Begleiter schicken Kann der auch noch was nehmen Wie seh ich denn? Boah, ich hab das immer zum Begleiter geschickt Wie viel kann ich denen ihm geben? Bisschen unrealistisch, oder? Ach, hier ist der Begleiter Na gut, der kann einiges nehmen Dann soll er mal alles rein So, jetzt kann man nicht auch wieder was aufnehmen Direkt mal gucken 22, nee Schild Und eine Großaxe Nee Hä? Hier sind noch mehrere Fragezeichen Hä? Wie sind sie zu fragen? So, sind wir zurück Geht so, redet mit So, wir müssen Ähm Zurück Hä? Z Z Okay, ich muss ihm welche Pilze holen Redet mit Zaya Ähm Was nennen wir denn Eine Hose? Ne Wir nehmen die Stiefel Die bringen uns mehr Aber die Hose von der Vergangenheit Die haben sie verabschiedet Aber die Hose von der Vergangenheit Die haben sie verabschiedet Sie sagen, sie sind zurück? Wir müssen den General's Meinung verabschieden Wir müssen den General's Meinung verabschieden Ja Ja Ich esse ihn besser Große Müll Oh, Stufe 6 Nice Und wieder zurück Ja Alles gut Geht zum Traveler Durchgang Soll ich mir nur sagen Wir lassen es hier Für Part 1 Eigentlich ganz cool Torchlight 3 Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal